Ich bin zwischen den anderen Platz, zwischen den Spuren und den Spuren. Vielleicht in der anderen Platz? Ja, ja, das passt. Danke. Das heißt, wir machen es langsam auf. Und jetzt wie wir uns den aufmachen, es gibt bestimmt krass, oder? Der hat ein Steiger, oder? Das ist doch egal. Das scheint es eine Hälfte, die es halten, die wir im Hauschein halten. Und die haben wir nicht allein. Jetzt ist der ein Stalt, oder? Aber steht fertig. Ganz schön. Ich bin sicher geworden. Moin!